Ja hallo, herzlich willkommen zu unserem zweiten Video zum Thema Snapchat und zum Thema Spectacle-Brille, die Wearable-Brille von Snapchat. Im ersten Video haben wir euch schon gezeigt, wofür man die Brille einsetzen kann und wofür sie Brille taugt. Und heute oder jetzt in diesem zweiten Video wollen wir ein bisschen näher so auf die technischen Details, Vor- und Nachteile eingehen. Wir wollen auch darüber sprechen, wie dieses Spectacle dann mit dem Handy kombiniert wird und verbunden wird und wie man dann eben aufmachen machen kann. Zwei Sachen, die ich, leuchtet es jetzt oben schon? Nein, oder? Nein, drückt man schon drauf. Das heißt, wenn ich hier oben drauf drücke, ich habe es euch vorhin schon gezeigt, dann müsste die Brille jetzt anzeigen, dass sie aufnimmt. Ja, jetzt. Jetzt, das heißt, unsere Kamerafrau sieht jetzt, dass ich sie aufnehme. Das heißt, die Privatsphäre wird gewarnt, wird mit dem Gewarnt, Achtung, hier startet eine Videoaufnahme und das zeigt das Leuchten an. Das heißt, ich kann also nicht heimlich filmen, was ja, wie wir wissen, ein großes Problem bei der Google-Brille damals war. Ja, was kann man noch dazu sagen zu dieser Snapchat-Brille? Sie trägt sich eigentlich ganz leicht, wie eine Sonnenbrille, ist eben auch als Sonnenbrille gedacht. Der Nachteil ist, also ich habe auch schon geguckt ein bisschen und geschaut, sie ist also nicht wasserdicht. Ja, und auch bei ganz starken Temperaturen habe ich gelesen, also draußen in den Bergen oder am Strand sollte man eben nicht zu lange draußen sein, weil sich die natürlich auch ein bisschen erhitzen kann und dann vielleicht die Akkuleistung ein bisschen nachlässt. Aber ansonsten wirklich ein tolles Teil, das in unseren deutschen Sommern mit Sicherheit keine Probleme bekommt. Und ansonsten, ja, als Wearable, was könnte man sonst noch dazu sagen? Natürlich, die Wearable muss geladen werden, das haben wir auch gezeigt, vorhin schon, dass man sie eben auflädt. Eben hier mit dieser Box, die dabei ist, die dann gleichzeitig auch als Akku dient, weil man sie da reintun kann und dort eben aufladen kann. Ja, ungefähr die Laufzeit, die Spectacles erlaubt euch, ungefähr 100 Snaps pro einmaliger Aufladung zu filmen, was relativ viel ist. Und natürlich, wenn ihr das dann überträgt, die Übertragung über Wireless LAN, reduziert dann natürlich eben auch die Laufzeit. Ich glaube, so knapp die Hälfte haben wir gesehen, so 50 Prozent davon wird das reduziert. Wie sieht es aus mit dem Wiederaufladen, mit dem Wiedereinsatz? Da haben wir gesehen, ungefähr zwischen 80 und 90 Minuten. Jetzt kann man sagen, naja, das dauert doch relativ lang, bis ich wieder einsatzbereit bin. Aber wenn ihr euch überlegt, ihr könnt, wenn ihr es nicht gleich reinstreamt, 100 Snaps machen oder eben 50 am Stück, dann ist das schon sehr viel. Okay, ja, wie gesagt, ich glaube, die Snapchat-Brille dieses Spectacles hat es nun geschafft, eben eine tolle Wearable auf dem Markt zu sein, die eben auch angenommen wird, die nicht nur einen Spaßfaktor hat, sondern, wie wir euch nachher auch zeigen, eben sehr gut eingesetzt werden kann für andere interessante Bereiche. Okay, und das zeigen wir euch aber dann nachher noch. Wie gesagt, jetzt einfach, wenn du uns dann ein bisschen erklärst, wie verbinden wir die Brille mit unserem Handy und wie können wir dieses Werkzeug dann später eben einsetzen. Wie gesagt, der Preis, wir haben es schon mal, glaube ich, angesprochen, 149 Euro. Wer also schon sich die Google-Brille damals gekauft hat oder wie wir in der Marktforschung eben mit unseren Eye-Mark-Recordern, mit dem Eye-Tracking unterwegs waren, was wir hier auch in vielen Dingen eben machen können und machen werden, eigentlich ein günstiger Preis ist, 149 Euro. Ja, also mein erster Eindruck, auch hier der Einsatz an der Universität. Ich denke, Snapchat hat sich hier genau überlegt und hat eben auch überlegt, wie kann ich meinen Nutzer, was erwartet den Nutzer und was kann er haben und wie kann ich ihm das alles bieten bei niedrigen Kosten. So, jetzt habe ich genug erzählt, jetzt übergebe ich an dich, weil du hast auch die meisten Aufnahmen gemacht in unserem Projekt. Was jetzt interessant ist vielleicht für uns, wenn wir uns selber so eine Brille anschaffen, wie kombiniere ich das und wie stelle ich die Verbindung zwischen meinem Snapchat-Kanal und der Brille her und dein Eindruck, wie gut das war oder wie schlecht das funktioniert hat. Vielleicht recht hilfreich für die, die zuhören. Ja, also zum einen brauche ich natürlich die Snapchat-App auf dem Handy und jeder, der einen Account hat, Moment, hat hier so einen Snapcode und den muss man mit der Brille anschauen. Die Brille muss natürlich eingeschaltet sein. Okay. Und dann erscheint der Code in groß. Du kannst ja mal mit reinschauen. Nach vorne in die Kamera kann ich es jetzt nicht zeigen. Jetzt verbindet es mit der Brille. Es dauert kurz. Und es ist natürlich wichtig, dass Bluetooth eingeschaltet ist am Handy. Das läuft nämlich alles über die Brille. Also es geht über Bluetooth. Ja, genau. Okay. So, das hat es jetzt schon genannt, Linda Specs. Okay. Die wähle ich dann aus. Okay. Dann dauert es wieder. Okay. Ja, aber dauert nicht allzu lange. Was mir halt aufgefallen ist, wenn ich länger Pause gemacht habe nach dem Filmen, musste ich das jedes Mal aus meinem, wie nennt sich das, aus meinem Bluetooth-Ordner wieder rausschmeißen und neu verbinden. Das fand ich persönlich ein bisschen blöd. Und was sieht man jetzt hier? Das ist meine Kamera. Also hier, das sind jetzt meine Aufnahmen. Das nennt sich bei Snapchat Memories. Und das unterteilt sich jetzt halt in alle Snaps, Specs und Aufnahmen. Also quasi meine privaten Snaps, die ich halt mit meinem Handy gemacht habe und die, die ich jetzt halt mit der Spectacless gemacht habe. Achso, und alle Aufnahmen, die du mit der Spectacless-Brille machst, heißen dann Specs. Genau. Und hier, schau, das importiert jetzt automatisch die, die wir gerade die ganze Zeit während der Videos gefilmt haben. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Das importiert halt, sobald es mit der Brille verbunden ist. Da muss man auch nichts machen und die Storys kann man sich dann hier anschauen. Okay. Und ich drücke mal einfach auf eine drauf. Wunderschön. Und dann kann man hier unten auf Bearbeiten klicken. Und dann habe ich die ganz normalen Snapchat-Funktionen. Also ich kann es wegschmeißen zum einen. Ich kann es runterladen, was wichtig ist. Ach, das ist interessant. Ja. Das heißt, du kannst alle Filme, die ich jetzt mit der Wearable, mit der Spectacless-Filme, kann ich jetzt nicht nur hier angucken, sondern ich kann sie sogar auf mein Handy herunterspeichern. Genau. Und dann Facebook posten, wie du witzig bist, den WhatsApp verschicken. Okay. Ja, also das geht alles. Also, dass ich dich unterbreche kurz. Das heißt, ich bin nicht gezwungen mit der Spectacle-Brille die Filme zu machen und nur dann in Snapchat zu streamen, sondern ich kann auch sagen, wenn der Film interessant ist, wenn der Film gelungen ist, dass ich sage, ich möchte den jetzt in meinem Facebook-Account posten. Ja. Dann könnte ich praktisch den aufgenommenen Film in dem Facebook-Account posten. Ja, genau. Also du bist nicht gezwungen, es nur in Snapchat zu streamen. Oder ich könnte auch über WhatsApp die Aufnahmen über WhatsApp an meinen Gegenüber übertragen. Ja, genau. Und du kannst halt hier dann, während du es bearbeitest, auch die ganzen Filter einfügen. Also du musst halt dann hier auf diesen Stift klicken. Also das, was normal Snapchat dem User bietet. Genau. Ich kann also alle Funktionen, die Snapchat sonst hat, kann ich auch nutzen. Und kann diese ganzen Bilder einbauen, kann es verändern. Wie wir vorhin schon mal kurz angesprochen haben, es ist ja nur der Einstieg. Und wenn man so die Berichte liest von Snapchat, soll ja auch in Zukunft Augmented Reality möglich werden. Sind wir gespannt, was da alles kommt. Aber jetzt so für unsere Einsatzmöglichkeiten ist es eigentlich eine ganz einfache Sache, beide Sachen miteinander zu koppeln. Es macht auch keinen Unterschied, ob ich jetzt ein iPhone habe oder ein Android oder irgendein anderes, das funktioniert mit jedem Handy, oder? Ja, mit jedem, wo halt die App Snapchat drauf ist. Okay, also überall, wo ich die App... Ja, mit jedem Bluetooth-fähigen Smartphone, wo die App Snapchat drauf ist. Okay, super. Ja, dann erstmal vielen Dank. In unserem nächsten Video zeigen wir euch dann, was wir eben, was wir versucht haben in unserem Hochschulprojekt und was wir da eingesetzt haben. Wie gesagt, wir glauben eben daran, dass es eben nicht nur ein Spaßfaktor ist, diese Brille, sondern dass man mit dieser Brille eben auch ernsthafte Sachen machen kann, die sehr interessant sind. Sei es jetzt im Employer Branding oder bei den, wenn ich irgendwie etwas produziere und Leute beobachten will. Und das Schöne ist halt, ich habe immer diese Ich-Perspektive, die ich eben sehr stark oder sehr gut nutzen kann für unterschiedliche Projekte. Und das ist ja unsere Aufgabenstellung, dass wir eben nicht nur an der Hochschule hier rumrennen und Späßchen machen, sondern dass wir uns auch überlegen, wozu kann ich eben so ein Teil in der Marktforschung, in der Kommunikation oder vielleicht in der Markt- und Werbepsychologie einsetzen. Und wir haben schon tausend Ideen, wie wir das alles einsetzen können. Und ja, bieten wir dann natürlich auch Firmen an, dass wir das als Projekte an der Hochschule gemeinsam machen. Also erstmal vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es gezeigt, wie schnell man dieses Teil mit dem Handy verbinden kann. Und ja, dann sehen wir uns bei unserem nächsten Video, bei unserer Anwendung und bei unserer Anwendungsbeschreibung sehen wir uns dann wieder. Also dann und tschüss.